Willkommen zurück zu Dead Space. Was? Ich gehe doch nicht auf Toilette. Was mir beim letzten Mal aufgefallen ist, ich habe vereinzelte Kisten liegen lassen. Also beim Kontrollieren, ob das Video funktionierte, ist mir das halt aufgefallen. Also ich gelobe Besserung. Wo müssen wir eigentlich hin? Wisst ihr, woran mich das erinnert? Iron Man. Ja gut, Spaß beiseite. Gehen wir weiter. So. Och, lass die Tür nochmal wieder zugehen. Okay. Gut. Schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall was zum Klicken. Aktivieren. So, der ist dran. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Was haben wir noch hier alles? Ah, ich denke mal, das ist so eine Art. Ach du. Hallo? Oh mein Gott, diese Geräusche. Aber ich habe ja noch gar nicht geklickt, oder? Ne, hier ist auch eins noch rot. Ne, hier ist auch eins noch rot. Eins noch rot, eins noch rot. Auf jeden Fall. Looten. Genau. Hier ist auch noch was. Credits. Oh! 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 Treff doch! Treff doch! Alter Vater! Ich glaube ich muss mal ein bisschen Zielwasser trinken. Oh! Oh! Was man durch Zufall nicht alles so herausfindet. So, aktivieren Eee Jo, zweite Aha Zu früh gefreut Gut, der bleibt nicht fahren Das meinte sie wahrscheinlich dann auch mit dem Stasa-Arm Warten wir mal, ob wir das schnell genug hinkriegen Los Stasa-Arm Activated Schauen wir mal aus Ja, ich warte Mein Gott Das sind Geräusche hier Uysek, du hast es geschafft Die Monorail hat das gesamte System blockiert Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen Je schneller, desto besser Ich höre da draußen was rumkriechen Nicht nur du Hier war noch was Was? Ach ja Du machst mir keine Angst So Waggonersetzung abgeschlossen Super Wo geht's lang? Wo geht's lang? Von da sind wir doch gekommen Hier war noch was Energieknoten Energieknoten Wunderbar So Dann gehen wir mal weiter Ich glaube wir sollten Hier raus Was ist das? Was ist das? Irgendwie treffe ich den nicht Na komm runter Komm Trau dich Haust ab Oder komm's von hinten Nee Kann er nicht Okay Weiter geht's Ich werde sie mal gleich Speichern 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 Oh Mann ey Oh Mann ey Kräuter Wüster Jawoll Krass Gut Das heißt Stardom Wunderbar Aha Weg war er Oh mein Gott So Oh Also das gefällt mir so Auf Distanz Sollen sie mal alle bleiben Ich mache einen Hörscher Jawoll Alter Vater Vater Ähm Hab ich hier jetzt irgendwas Ne Hm Okay Weiter 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 geht's Ich bin ein bisschen ruhig Das ist aber die Spannung Aufnehmen So schauen wir mal Hier müssen wir lang Hier müssen wir lang Genau Ich krieg schon wieder schwitzige Hände Ich krieg schon wieder Hände Oh Okay dann gehen wir da mal hin Ich habe mich ins Sicherheitssystem des Decks gehackt Es hat etwas gedauert aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen Die Platine sollte irgendwo da drin sein Jo Okay Ach sorry Augen zu und durch Am liebsten würde ich hier rennen Renn Hallo Müssen wir hier lang Nein wir müssen da lang Speicherstation Die werden wir jetzt mal nicht nehmen Schauen einfach mal Jetzt ist sie geöffnet Nicht schlecht Oh mein Gott Das ist doch dunkel Und Das ist ein Aufzug Gut Wieder so ein Schmack Da hängt was Ah ein Bauteil Oh 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 Zerflippt Und da kriegt er noch eine Oh Oh Joi Ich hole ihn von den Füßen Ach So macht es natürlich Spaß Was Oh Oh Stimmt So Ah Hallo Und da Nachladen Nachladen Oh 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 Ups Immer schön runterfallen Nein Kommst du her Still und heimlich von hinten Ich glaub's nicht Und noch nicht tot Alter Vater Mit dem Wort hab ich's aber auch Alter Vater Aha Gut Keine Zeit dafür Weiter geht's Ähm Da rein Alles klar Ähm singen soll helfen Singen soll helfen Und beruhigen Nein, 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 nein. Puh. Hallo? Keiner da? Hallo? Hallo? Hääääh! Ich sag dazu nichts mehr. Na komm schon. Jaaa. Meine lieben Freunde, so ein bisschen schießen kann ich auch. Von ihm treffen. Schlüsselwartungs-Dings, da ist er ja. Passt. Plasma-Energie. Dich lassen wir mal liegen. Da ist auch noch was. Datenbank. Rechnung für Reparaturen. Ja gut, also das lese ich mir jetzt nicht durch. Ihr könnt ja gerne auf Stop drücken. Und dann das lesen. Ich guck dann später noch mal nach. Wir gehen erst mal wieder. Ja, dahin. Ach, guten Tag. Nicht laufen. Nee, ich glaub. Alter, die haben aber auch Tentakel da. Den abschießen. Und mitnehmen als Waffe. Das wär's doch. Ich mach mein Anzug hier nicht. Dreckig. Da haben wir noch ne Kiste. Das wird immer schön einsammeln. Immer. Hallo. Und da ist auch noch was. Ja, wir bessern uns. Ja, wir bessern uns. Aber mich würd's echt nicht wundern, wenn ich hier mal im Fahrstuhl irgendwie... Ja. Überrascht werde oder wie auch immer. Oh. 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 Das wird ja wirklich vollste Geräusche. Da war noch was. Oh. Ich hoffe, ich weg hier keiner. Ihr müsst euch vorstellen. Ich sitz hier mit Kopfhörern auf. Irgendwann steht mal der Frau bei mir. Und fragt mich, ob ich irgendwelche Problemchen hab. Aber das geht hier so dermaßen ab. Äh. Äh. Okay. Das sind Geräusche. Also ich wiederhole mich da bestimmt immer wieder. Aber das ist Wahnsinn, die Kulisse hier. Ah, das ist ja so ein Traum. Alles klar, da gehen wir jetzt gleich mal rein. Obwohl das nicht. Verschlossen. Okay. Ah. Wunderbar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was ist hier passiert? Aufnehmen. 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 Und da haben wir unsere Platine. Wunderbar. Schön. Werkbank, was ist das hier? Energiekosien können ihre Waffe und ihre... Hier. Grade. Ab. Okay. So. Wisst ihr, was ich vermisse? Ein Speicherband. Ein Speicherband. Ich kann mich doch nicht stören, wenn ich hier der jungen Dame zugucke. Oh, was? Oh, was ist denn noch hier der her? Nein, nein, nein. Das ist ein böses Foul, man lädt ja auch vorher nach. So. Credits. Schön, schön. Und noch mehr Credits. Ich wäre schon wieder... Ich wäre echt schon wieder falsch gelaufen. Das Bauteil, was ist denn das? Durch diese hule Gaste muss er kommen. Oh, ich dachte, hier war ich schon. Ich gehe im Kreis und das ist alles schon tot, was hier so rumliegt. Hier macht es mir auch nicht leicht. Komm. Inventar ist voll. Auch nicht schlecht. Klappe zu. Waffe tot. Ich ziehe auf die Tür. Hier kommt mit Sicherheit kein Freund rein. Wenn einer reinkommt. Oh! Oh! Nein! Oh! Entschuldigung. Ich bin mir gerade verschwunden hier. Ey! Oh! Speicherstation. Speicherstation! Speicher! Speicher! Ja! Ja! Speicher! So! Und hier machen wir erstmal wieder eine kleine Pause. Schreibt mir in den Kommentaren, ob es euch gefallen hat. Gebt mir Tipps für die Zukunft. Über den Daumen nach oben würde ich mich freuen. Abonniert mich. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin. Tschüss!